Wie lange ich darauf gewartet habe, wenn du das wüsstest. Du hast es gefühlt, oder? Natürlich hast du das. Du bist so wunderschön. Das, was diese Wilden dir angetan haben, dir die Zunge zu nehmen. Ich weiß, das muss grauenhaft für dich gewesen sein. Aber es ist auch wie ein Geschenk für mich. Wenn ich hier fertig bin, dann gehen wir weg, du und ich. Dann gehen wir beide nach New Orleans. Dort wirst du strahlen. Ich mach dich zur Prinzessin von New Orleans. Was? 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 Ah! Aaaaaah! 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 Du siehst nicht nur aus wie die. Du klingst auch schon so. Das wirst du auch. Stille! Wo ist mein Bruder? Mr. De La Rue, glauben Sie mir, das war niemand von hier. In zwei Stunden will ich wissen, wer das getan hat. Wie soll das gehen? Oder ich nehme zwei Ihrer Leute. Bitte, ich bin unschuldig! Er soll in Frieden ruhen, Prinzessin. Ich bin jetzt für dich da. Wir brauchen Leute wie Sie, um uns gegen diese Mörder zu wehren. Waren Sie nicht Soldaten? Da, wo Sie herkommen? Gib mir einen Revolver, ein Holster und Munition für meine Winchester. Haben Sie je im Krieg gekämpft? Das habe ich. Wer war der Feind? Die Preußen. Mein Respekt haben Sie. Wir haben immer gehofft und gebetet, dass jemand wie Sie kommt und uns aus diesem Elend befreit. Ich habe dich unterschätzt, Soldat. Das wird nicht wieder vorkommen. Wo wir sind. Das wird nicht lastig. stay ved. Du bist. are действий. waiting. Untertitelung des ZDF, 2020